Herzlich willkommen bei Sonnenschutz Kares. Wir sind Ihr leistungsstarker Partner für Ihre Wünsche rund um den Sonnen- und Wetterschutz. Unsere Fachleute haben eine Mission. Ob Terrassengestaltung, das richtige Raumklima dank funktionierender Verschattung oder Verdunkelung ganz bequem auf Knopfdruck. Unsere Profis helfen Ihnen, mehr aus Ihrer Immobilie zu machen. Dabei sind Ihre Vorstellungen unser Anspruch. Wir arbeiten mit den namhaftesten Herstellern zusammen, um Ihre Träume von Gartengenuss und Wohnkomfort Wirklichkeit werden zu lassen. Nie zuvor haben wir alle so viel Zeit zu Hause verbracht, ob am Schreibtisch oder während des Urlaubs im eigenen Garten. Wir machen keine Kompromisse, wenn es um Ihre Lebensqualität geht. Das wären die Unterlagen zur Erstellung des Angebotes. In der unteren Situation sollten wir Raststöre einsetzen und oben werden dann senkrecht Markiesen montiert. Sind die freitragend oder Basisausführungen? Die werden auf die Fenster montiert. Lassen Sie sich von unseren geschulten Kundenberatern überzeugen. Wir kennen alle Trends und finden mit Ihnen gemeinsam die richtige Lösung für Ihr Zuhause. Dabei ist unser Personal in Brücken oder in unserer Ausstellung in Neuss nicht nur bestens geschult, sondern brennt darauf, seine Leidenschaft für Sonnenschutzträume mit Ihnen zu teilen. Ob Pergola, Lamellendach, die richtige Verschattung für Ihren Wintergarten oder Markisen in allen Varianten und Farben. Alternativen gibt es immer. Dabei ist unser Konzept partnerschaftlich ausgerichtet. So vertrauensvoll, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, so sicher können auch Sie sein, dass Ihre Wünsche unsere volle Aufmerksamkeit haben. Verlassen Sie sich gerne auf uns. Ob in Bezug auf eine verbindliche Terminvereinbarung, die Montage auf dem neuesten Stand der Technik durch unsere eigenen Experten-Teams oder die sprichwörtliche Servicequalität bei Sonnenschutz Kares während der gesamten Lebensdauer der von uns eingebauten Produkte. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Und das gilt auch in der nächsten Generation der Inhaberfamilie. Versprochen. Jetzt haben wir uns den Feierabend verdient. Absolut. So, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Den wünsche ich dir auch. Kares. We care for you.